Untertitelung des ZDF, 2020 In Krisen wie denen rücken wir als Menschen zusammen. Ein bisschen Angst ist normal, da muss sich niemand schämen. Wir sind alles Menschen, miteinander verbunden. So haben schon unsere Grosseltern ihre Krisen überwunden. Zwei Meter Abstand und ein Heimat bleiben. Das ist jetzt wichtig, ich tue nicht übertreiben. Doch in unseren Herzen kommen wir uns näher. Denn zusammen sind wir in dieser Krise stärker. Solidarität braucht jetzt unser Land. Wasch dir deine Hände, nimm den Kopf aus dem Sand. Zuversicht verbreitet sich schneller als Corona. Es ist nie mehr alleine, wir schauen zueinander. Wasch dir deine Hände, nimm den Kopf aus dem Sand. Tue dir etwas zu gut, das gibt neue Mut. Das Immunsystem tunen und die Wohnung aufräumen. Bitte nur noch im Notfall den Gang zum Doktor wagen. Denn es gibt noch andere in vielleicht schlimmeren Lagen. Die Gesundheitsfachleute sind die Helden dieser Stunde. Und merci für eure Arbeit und bleibet selber gesund. Zwei Meter Abstand und ein Heimat bleiben. Das ist jetzt wichtig, ich tue nicht übertreiben. Doch in unseren Herzen kommen wir uns näher. Denn zusammen sind wir in dieser Krise stärker. Solidarität braucht jetzt unser Land. Wasch dir deine Hände, nimm den Kopf aus dem Sand. Zuversicht verbreitet sich schneller als Corona. Es ist nie mehr alleine, wir schauen zueinander. In Quarantäne, mach dich noch erwähnen. Tust du deinen Liebsten am meisten nützen. So kannst du sie, bis im Ton. Von weiteren Ansteckungen schützen. Und fürs gemeinsame, seelische Wohl. Gibt's ja zum Glück noch das Telefon. Mach mit deinem Grossi eine Videokonferenz. Bin sicher, wenn sie das sieht, macht sie Freude, Tänz. Unsere Immunabwehr ist stärker als wir meinen. Lass dich Körper arbeiten und erzählen von der Leine. Ein bisschen Fieber hilft dem Körper, die Viren zu verbraten. Zusammen besiegen wir Corona mit unseren Heldentaten. Abonniert der Leine, 3 Wir lassen in Dezigen Teil 2004 Ja, bis zum Glück, am liebsten am liebsten. Verw enlargen. zzo Mg Was Car No Francis